Ich freue mich sehr auf das eine Haus. Freust du dich, dass du morgen in dein eigenes Zimmer ziehst? Ganz toll. Wir haben einen langen Weg hinter uns. Du hättest nicht gedacht, dass es passiert. Alles okay? Oh mein Gott. Nutruf Zentrale, wie kann ich Ihnen helfen? Es passieren merkwürdige Dinge in meinem Haus. Bleib bei mir. Ihr Name ist Schwester Margaret Catherine. Jetzt ist sie ein Geist. Sie denkt, sie wäre im Fegefeuer. Und sie ist davon überzeugt, dass wenn sie hier Wache hält, sie sich vor Gott beweisen kann. Aber wenn sie denkt, du könntest dir das kaputt machen. Tja, was siehst du? Nimm meinen Pass ein und ich steige in den Himmel. Na, na los, komm. Bleib bei mir. Na, komm hier. Ich war erschissen. Du bist es wert. Bin ich tot. Donner, mach schnell die Tür auf. Donner, verdammt, mach sofort diese Scheintür auf. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.